Wetter nehmen wir auch mit Paul Reisner, mit den Spielern wie Deutschland zu einem WM-Titel schießen. Bayern und Dortmund, war da jeweils noch was? Es ist einfach ein großer Spaß, das hier alles erleben zu dürfen. Und genau deswegen hat das alles so gut geklappt. Und dass Kula ganz vorne ist, wenn Bayern, auch wenn er dieses Jahr nicht der beste WM-Torschütze ist, das muss man lieber noch mal zu Hause machen. Natürlich mit Köln-Flagge, wie sonst Lukas Podolski. Auch wenn die 10 jetzt vergeben worden ist, Bayern mit dem FC, das ist sein Verein. Neben Bergheim 07, dort kommt er aus der Jugend, dort hat er Platz getroffen. Scheiße, FC! Einer der absoluten Fan-Lieblinge. Und das nicht nur in der Lohnstadt. Lukas Podolski, was sind die alle großgewordene Jungs. Und Christoph Kramer, er war das schnellste. Nicht 1,90, sondern er ist reingewachsen ins WM-Finale. Und, er kann es ja nicht hören, aber brillant in der Zeit, in der er gespielt hat. Schwarz-Rot-Gold, Schwarz-Rot-Gold. Schwarz-Rot-Gold. Und, er hat ihn ja wieder vereint mit Shirin, seiner Partnerin. Zwei Töchter hat er auch hier am Start. So, naja, und Lavina, sie haben die Fliege mit fast alle. Da hat er dir für sich großzügig gezeigt. Und, der einsamste Mann gerade, vielleicht ein bisschen,